Moin zusammen meine Freunde, ich grüße euch zum Video und ihr wisst das, wenn ich mich in ein Thema reingefuchst habe, dann bleibe ich da auch dran, bis da endlich eine Aufklärung oder ähnliches irgendwas passiert ist. Und so wisst ihr das, dass ich seit mittlerweile circa einem Jahr in diesem Kanal hier schon das Thema um Cum-Ex, um diesen Cum-Ex-Skandal verfolge. Und gegebenenfalls wird es darauf hinauslaufen, dass wir dadurch wirklich unseren Bundeskanzler fallen sehen. Ich weiß, da sind viele skeptisch, einschließlich mir, aber das Ganze hat so viel Zündstoff, es könnte wirklich ganz, ganz krass ausgehen, dass wir nicht nur sehen, dass die Ampelkoalition scheitert, das ist die eine Sache, wegen der aktuellen Situation im Energie- und Gasbereich und so weiter, aber auf der anderen Seite, dass diese Enthüllungen, die jetzt gerade hier aufkommen, mit 200.000 Euro, und da gibt es auch ein paar Neuigkeiten zu, hier so viel Sprengstoff mit sich bringen, dass Kanzler Scholz irgendwann zurücktreten muss oder und vor ein Gericht gestellt wird. Und da bin ich mal ganz gespannt, wie es dann mit der Erinnerung bei dem Herrn aussieht. Aber der Reihe nach, so heißt es nämlich vom ehemaligen Bundestagsabgeordneten von Die Linke, Fabio De Masi, das Schließfach ist Sprengstoff für den Kanzler. Aber da gehen wir gleich ganz genau drauf ein. Wir gucken hier nämlich erst nochmal, um was geht es jetzt eigentlich. Und viele von euch wissen das jetzt zum Wochenende hin, ich hatte auch in einem Video gestern darüber berichtet, ist es ja passiert, dass bekannt geworden ist, durch die Bild, die hat das Ganze bekannt gegeben, Fahnder haben über 200.000 Euro in einem Schließfach von dem vertrauten Politiker, dem Herrn Kahrs, gefunden. Und das Ganze ist passiert, da gibt es jetzt weitere Details dazu, nämlich von dem Investigativjournalisten Oliver Schröhm, muss man hier wirklich ganz, ganz positiv erwähnen, den Mann, weil der wirklich einiges schon in diesem Bereich geleistet hat. Er bringt nämlich auch im Oktober diesen Jahres ein Buch auf den Markt, die Akte Scholz, der Kanzler, das Geld und die Macht. Und alleine das Cover ist schon sehr, sehr geil gemacht. Also ich denke, ich werde es mir holen und reinziehen. Werde ich euch gerne, wenn ihr es wollt, schreibt es mal in die Kommentare, eine kleine Zusammenfassung dieses Buches geben, wenn ihr es denn möchtet, wenn es dann im Oktober rausgekommen ist. So hat er nämlich hier einen Artikel aus dem Januar diesen Jahres, habe ich auch, wie gesagt, im Januar, vor über einem halben Jahr darüber berichtet, Lügenvorwürfe gegen Scholz wegen Umgang mit Cum-Ex-Affäre. Investigativ-Journalist, der Oliver Schröhm, behauptet, Olaf Scholz habe ihn angelogen. Auskünfte dazu verweigert die Regierung Grund, es sei ein vertrauliches Gespräch gewesen. Das kannst du dir nicht mehr ausdenken, was hier abgeht im Westen Deutschland. So, jetzt wissen wir aber nämlich hier, laut dem Investigativ-Journalisten Oliver Ström, dass hier, heißt es nämlich, er kennt oder er erkenne zentrale Ermittlungsdokumente hierzu, die Angaben seien zutreffend bezüglich der Situation um das Schließfach und Zitat, es waren konkret 214.800 Euro und dann noch 2.400 US-Dollar, die in dem Schließfach gefunden wurden. Ja, und im letzten Video habe ich es schon gesagt, ach, das sind doch Peanuts, Leute. Das sind doch Peanuts bei den Maskendeals und anderes, da sind noch mehr Gelder geflossen. Das ist nur die Spitze des Eisbergs, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und wenn hier gebohrt und recherchiert wird von Staatsanwaltschaft, genauso wie auch von einem Oliver Schröhm, einem guten investigativen Journalisten, dann werden hier definitiv noch viel mehr Sachen rauskommen. Mittlerweile kommen auch, apropos rauskommen, die ersten Stimmen zu dem Thema raus, so zum Beispiel hier CDU-Generalsekretär Mario Czaja sagte zum Tagesspiegel, Zitat, der Bundeskanzler kann sich jetzt nicht mehr durch Aussitzen aus der Affäre ziehen. Scholz muss Kahrs dazu auffordern, die Herkunft des Geldes zu belangen. Und klar, da kann man natürlich jetzt sagen, ja, die CDU, die nutzt jetzt hier ihre Oppositionsposition und versucht dann natürlich Gewinn draus zu schlagen. Vielleicht sollte die CDU auch ein bisschen leise sein, ich erinnere mich da noch, da gab es doch mal irgend so jemanden in einem hohen Amt in Deutschland von der CDU und so einen Koffer mit Geld, wo man bis heute nicht weiß, von wem das denn war. Jaja, wer im Glashaus sitzt, soll nicht mit Steinen werfen oder wie heißt dieses Sprichwort so schön, aber es ist doch interessant, so ein ganz toller roter Faden, der sich hier durchzieht durch diese Causa Cum Ex, was hier mittlerweile abgeht und was wir an kleinen, kleinen Mosaikteilchen mittlerweile so bekannt bekommen haben. Und glaubt mir, das sind noch nicht die letzten, es geht nämlich noch weiter. Und hier muss man doch ganz klar von der SPD fordern, dass hier eine Aufklärung passiert. Wenn der Oberste aus der Partei irgendwie in solche Themen, wie auch immer, das können wir alle noch nicht beurteilen, keine Vorverurteilung, ganz klar an dieser Stelle, aber wenn der irgendwie da drin verwickelt ist oder auch sonst irgendwas weiß, dann muss hier eine Aufklärung passieren. Und dass ein Lars Klingbeil diesen Sauhaufen offensichtlich nicht unter Kontrolle hat, das sollte doch jedem klar sein, das sieht man doch von vorne bis hinten direkt. So, und dann heißt es hier nämlich weiterhin von einem SPD-Abgeordneten, Erik Malotki, Zitat, das Auffinden von 200.000 Euro im Schließfach von Johannes Kahrs ist sehr besorgniserregend. Kahrs sollte gegenüber der Öffentlichkeit und der SPD begründen, warum es so eine hohe Summe Bargeld lagert. Mir fehlt die Fantasie, dass er dafür eine rechtlich saubere Begründung gibt. Nö, das sehe ich jetzt anders. Also eine rechtlich saubere Begründung wäre einfach, man vertraut den Banken nicht. Aber gut, warum hat er es dann nicht zu Hause im eigenen Tresor, wenn er einen hat gelagert, sondern bei der Bank? Dann würde man ja der Bank wiederum vertrauen und so weiter. Ja, also es gibt dafür bestimmt irgendwo eine Begründung. Ob die dann glaubhaft ist, steht auf einem ganz anderen Papier. Aber das ist schon sehr, sehr krass, was hier abgeht. So, dann auf den Fabio De Masi und seine Aussage hier nochmal zurückzukommen, weil der beim Thema wirklich sehr, sehr aktiv ist, jetzt gerade auch in den Tagen. Und er hat es wirklich perfekt bezeichnet. Vielleicht kennt ihr die wirklich brillante House of Cards Netflix-Serie. Und er hat das Ganze nämlich hier genannt House of Cards. Also, ach, schön. Der Mann geht gerade in seiner Rolle wirklich perfekt auf. Also, Ehrenmann. Ganz, ganz toll. Zitat, über 200.000 Euro in der Bar in einem Schließfach aufzubauen, könnte nur einen Grund haben. Offenbar wollte Cards keine elektronische Datenspur auf seinem Konto, sagt der Herr Fabio De Masi hier an der Stelle. Das wissen wir alle nicht. Das ist, die Vermutung liegt nahe, muss man ganz ehrlich sagen. Das ist meine persönliche Meinung. Dafür soll er mir gerne ein Anwaltsschreiben schicken. Mal gucken, ob ich das danach noch sagen darf. Mittlerweile bin ich auf alles gefasst hier. Und gerade, wenn es so um die Kohlen geht, da weiß man ja, was da passiert. Wir haben das ja bei anderen Kandidaten gesehen, die mal ganz schnell gerne dann Anwaltsschreiben verschicken und so weiter. Aber von sowas lasse ich mich auch nicht mehr so schnell einschüchtern wie vor zwei Jahren von einem Herrn Spahn an dieser Stelle. Aber, hier heißt es weiterhin, es gäbe viele offene Fragen auch an Scholz, sagt De Masi und meint. Diese Affäre hat das Potenzial, den Kanzler zu stürzen. Ja, Herr De Masi, ich hoffe, Sie verbreiten hier nicht zu viel Hoffnung, sondern vielleicht ist ein Fünkchen Hoffnung dabei, dass es angekratzt wäre. Nur das grundlegende Problem, das habe ich ja noch gar nicht angesprochen, das grundlegende Problem wäre ja dadurch, ihr wisst, wer dann Kanzler wird? Das wollen wir uns gar nicht vorstellen, oder? Wollen wir es aussprechen? Wollen wir sagen, dass dann gegebenenfalls Habeck oder Baerbock Kanzler werden würde? Wollt ihr das? Muss ich jetzt mal so ganz frech in die Runde fragen, Leute. Also, das könnte halt wirklich schon ein Szenario sein, worauf das Ganze hinausläuft. Ja, das Schlimme ist einfach, wie halt mit der aktuellen Situation umgegangen wird. Vom Kanzler Scholz hört man ja nichts. Er erinnert sich ja nicht mehr daran. Ich bin gespannt. Ich glaube, am 19. ist er beim Parlamentarischen Untersuchungsausschuss. Und ich habe das Ganze selber auch bei Twitter gepostet. Es ist doch eine Schande, eine Schande für das Amt, dass ein Bundeskanzler mit diesem wirklichen Reputation bei diesem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss erneut antreten muss, weil er irgendwie darin verwickelt scheint oder auch nicht. Was auch immer. Das ist doch ein Namutszeugnis. Das ist doch traurig. Alleine das hätte vor Jahren nie sich jemand vorgestellt. Okay, bei Merkel schon eher. Aber bei zahlreichen Kandidaten davor einfach nicht. Und dann heißt es hier, nämlich von der SPD-Spitze wollte sich auf Anfrage niemand äußern. Und das finde ich wirklich ganz, ganz traurig. Da muss man doch eine Aufklärung machen. Da muss man doch eine Aufklärung machen, wenn man denn eine möchte. Weil sonst gibt es doch ganz klar direkt wieder Interpretationsspielraum und etc. pp. Sondern heißt es hier, die Herkunft des Geldes darzulegen. Zunächst bleibt das unbeantwortet. Ein Regierungssprecher antwortet schließlich lediglich, Zitat, der Bundeskanzler hat sich in dieser Angelegenheit ausführlich geäußert. Und da habe ich schon so einen Lachkraft gehabt. Das kannst du dir doch nicht mehr ausdenken. Daran kann ich mich nicht erinnern. Ja, okay. Das bezog sich wohl auf eine der früheren Einlassungen im Fall Warburg. Auf die Frage nach den neuen Enthüllungen wurde aber nicht eingegangen. Ja, Leute. Ja, und ich habe natürlich auch nochmal geguckt hier bei dem Herrn Strate, dem Rechtsanwalt Strate. Wenn ja einige von euch wissen, habe ich auch darüber berichtet, der Strafanzeige gegen den Tschentscher und Scholz gestellt hat. Was dann aber eingestellt wurde, gab es einen Einstellungsbescheid. Dann gab es hier eine Stellungnahme zu dem Bescheid von ihm. Und er hat eine Beschwerde im März diesen Jahres, sprich vor nunmehr viereinhalb Monaten bereits eingereicht. Und neuere Nachrichten, neuere Infos, leider kein neuer Spiegelstrich hier vorhanden, was aus der Beschwerde überhaupt geworden ist. Und da sieht man doch, wie langsam das hier alles abläuft. Wie langsam. Und unterm Strich, ich hatte ja auch gestern in dem Video bereits darüber berichtet, wie viel Möglichkeit dadurch gegeben wird, dass natürlich Beweise vernichtet werden. Ich möchte hier niemandem etwas unterstellen oder sonstige Theorien ans Licht bringen oder ähnliches. Aber, dass das angeblich ja jemand aus einer gewissen Behörde schon gesagt hat, ja, können sie ja gerne machen, parlamentarischen Untersuchungsausschuss, Razzia und alles drum und dran. Die Beweise sind doch schon lange vernichtet. Das kannst du dir doch nicht mehr ausdenken. Das ist doch unfassbar. Und unfassbar, der letzte Punkt dazu, auch nochmal der Hinweis darauf, das kannst du dir nicht mehr ausdenken. Die Warburg-Gesellschaftler ziehen vor Gerichts für Menschenrechte. Ich hatte es bereits gestern im Video ja drin, gerne nochmal darauf eingegangen. Ja, Gesellschafter der Hamburger Warburg-Bank, Max Warburg und Christian Olearius, fühlen sich angesichts mehrerer Gerichtsverfahren in Cum-Ex-Skandale in ihren Menschenrechten verletzt und ziehen deswegen vor den Europäischen Gerichtshof. Ja, okay, ich habe vielleicht ja oder nein, weiß ich nicht, zu beurteilen, bin kein Anwalt, habe vielleicht irgendwas gemacht und dann ziehe ich mal vor den Menschengerichtshof nach dem Motto, okay, ich fühle mich dadurch jetzt persönlich angegriffen. Leute, was ist denn hier los? Das kannst du dir nicht mehr ausdenken. Schreibt eure Meinungen rein, ich bleibe dran, das wisst ihr, dementsprechend unbedingt ein Abo dalassen, herzlichen Dank. Wir haben auch gestern, nee, vorgestern Abend war es schon, die 44.000 Abos geknackt. Mal gucken, wann wir die 50 knacken. Danke dafür, Daumen hoch für euer Engagement. Teilen des Videos nicht vergessen, das wollte ich noch sagen, haut rein und ciao. Teilen des Videos nicht vergessen, das war es schon, das war es schon, das war es schon.